BN und Sektor 201889. LZ ist klar. Keines Wohl vom Feind. Roger Prowler 3, fliegen Sie weiter. Müssten die nicht weg sind, Gardez sein? Gardez, haben wir vor 20 Minuten passiert. Sie jetzt mit Feindkontakt. Vermisst! Vorsicht, Sie sich feiern! 15 Sekunden! Auf Rot schalten! Schöne! Sie sind verabschiedet! Sie sind verabschiedet! Sie sind verabschiedet! Sie sind verabschiedet! Scheiße! Wow! Fuck! Oh, wo bin ich? Wo bin ich? Shit, man. Ganz ruhig. Oh. Ah, scheiße. Ja, ich schieße ja schon. Du mal locker bleibst. Ja, ich schieße ja schon. Du mal locker bleibst. Oh, shit, man. Ah, alles super. Lass mich raus. Ja, ich komme ja schon raus hier aus dem Hüpse. Ja, ich bin doch an der Waffe. Hau, 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 hau. Was? Oh, shit, man. Ja, natürlich. Alles super. Hier geht's richtig blendend! Ich duck mich mal! Oh oh! Ah shit man! Er ist weg! Kommt noch weh hier! Aber wo? Ah, ich hab schon gesehen. Oh shit man! Wo ist das Ding? Hab ich! Schieß doch da rauf! Jawoll, weg ist es! Los 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 Ja, wo ist denn... Aua! Ach, da oben! Okay. Runter mit dem Kopf! Raboten! Ist weg! Okay. Ich komme. Äh. Es gab wohl ein Schlupfloch. Warten Sie, Hernandez. Hast du Muni für mich? Ich bin nicht voll. Idiot. Boah, scheiße. Ich bin ja schon drin. Scheiße. Können ja überall sein. Ja, ja. Komm her, du Idiot. Fuck, Mann. Ich habe den nicht getroffen. Oh. Ja, Moment mal. Komm noch mal hoch mit dem Kopf. Komm noch mal hoch. Komm schon. Komm schon. Dankeschön. Da komme ich nicht weiter. Ich gehe mal langsam vor. Aber langsam. Nehmen wir eine Deckung. Wo? 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 Da war aber noch einer. Der ist weg. Ja, ich komme ja. Auch Muni. Scheiße. Ich habe nämlich nichts gesehen. Nochmal. Oh, eine Granate. Scheiße. Jetzt muss ich aber aufpassen. Das geht mir zu schnell. Ich glaube, ich stehe falsch. Scheiße. Scheiße. Nochmal. Ich glaube, ich stehe total verkehrt. Die Gnack. Weg mit dem Mann. In Deckung. Ich kann das erinnern. Du hast Fuß. Ach, du bist du. Wollten. Sollte ich die nicht besser flankieren? Sie ziehen sich in den Gang zurück. Oh, vorne. Ich ziehe zu. Ich ziehe zu. Ich ziehe zu. Moment mal. Okay. Langsam. Ja, warte mal. Jetzt weg, ui. Ja, natürlich, aber bleib mal hier, ich brauch Muni. Warte doch mal. Ja, noch nie weg. Warte. Mal sehen, ob es hier noch einen anderen Auffang gibt. Warte doch mal. Hier geht's runter. Ach, warte doch einfach mal. Junge. Ja, natürlich höre ich dann, aber du sollst mal warten. Ich brauch Muni. Da, da. Ähm, gibst du mir mal Muni? Teambeschuss, Teambeschuss! Voodoo, Preacher. Heilige Scheiße! Wir haben sie! Verdammt, wo kommt ihr Jungs denn her? Haben sie den Chinook nicht landen sehen? Wir waren hier ein bisschen beschäftigt. Wir sollen euch Jungs hier rausholen. Unser Vogel wurde getroffen. Drei unserer Leute sind tot. Ich bin Sergeant Patterson. Das ist Specialist Adams. Voodoo. Preacher. Laut Zentrale sind auf dem Gipfel vier Seals. Stimmt, wir müssen die beiden anderen holen. Gegen 0400 haben wir ihre M4s unter uns gehört. Dann wurden wir überfallen. Seitdem sind sie weg. Irgendwelche Vorschläge? Okay. Wir rücken schnell und entschlossen vor. Achtet auf eure Zielauflösung. Nur gezielte Schüsse. Feuert, bis sie umfallen. Verstanden? Funkgeräte auf EF-Ufrequenz 1, 4. Verstanden. Sie haben genug Muni, die erschießen Sie. Vorwärts. Okay, gehen wir weiter. Oh, 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 oh. Das sieht nicht gut aus. Darf ich mal eben? Ah, scheiß Granate. Moment. Ja, nicht ganz. Warte mal, ich geh mal hier lang. Proto, ich geh nach oben. Preacher, ich geh auf die andere Seite. Muni. Hab ihn. Da kommt noch eine ganze Menge. Okay. Komm hoch mit dem Kopf. Komm schon. Komm schon. Wird der Motor. Komm schon. Komm schon. Wollt du mit. Check. Wollt du mit. Komm schon. Vielen Dank.